so wir sind jetzt hier wieder ein checkwinder angelangt und spielen weiter hallo ich bin jense christ nachdem wir hier sie ausgeschaltet haben machen wir doch jetzt weiter schalten wir den nächsten aus speichern und fortfahren warum hat er denn danach erst gespeichert also eigentlich hat man das ja schon gemacht was haben wir denn hier ist da jemand drin hallo wo willst du denn hin hallo ist da jemand drin ach wer bist du denn na wie geht's dir denn du bist da ja dann bist jetzt weggelaufen ja entschuldigung also mit h können wir hier die punkte anvisieren und damit kommen wir dann hoch ich glaube j war springen dann na dann probieren wir es nochmal ich glaube ich muss oben springen also hallo und dann oben springen so und jetzt ach der robin er kommt auch so nach oben na gut was haben wir hier da oben ist noch einer und da ja also gucken wir erstmal nach mit h nach oben und den anderen anvisieren und damit bin ich jetzt drüben oder habe ich noch ein wenig ich kann hier vielleicht rein oder kann ich hier irgendwo rein hier ist eine kiste was diese macht die nein jetzt sind hier so viele wo kommen die denn alle her oder kann ja noch mehr verschwindet glaube ich da so was haben wir jetzt hier können wir das hier öffnen was haben wir hier hinter was haben wir hier sonst noch so alles ach so hier können wir das zusammenbauen wieder also bauen wir mal wieder was zusammen ach wir haben ein signal also wir haben ein signal um einen anzug zu bekommen einen tarnanzug ja das sind kanonen also die kanonen die wollen wir hier nicht haben wir brauchen keine kanonen na gut wir machen unseren tarnanzug an wobei wundern die sich nicht dass wir hier sind und lassen die dann dauerhaft runter na gut was haben wir hier ja da ist ja der ist ein skelett oder gleich tot naja einfach nur auseinander genommen was können wir hier sonst noch so machen erst mal enttarnen vielleicht enttarnen ja wir können ja sachen zerstören ja dann ist auch mein freund wieder dabei nur hier noch was zerstören wahrscheinlich nicht mehr na gut dann was haben wir hier so ein bisschen aufräumen hier naja ach da oben sind wieder welche wo wir uns dran hängen können ach so jetzt müssen wir mit unseren kollegen da hoch und hoch und was passiert nur ach warte mal ich Entschuldigung Robin dass ich dich geschlagen habe ich kann auch Robin schlagen Robin warum kann ich dich denn auch schlagen naja das wollte ich nicht Robin ich wollte dich nicht schlagen oh da haben wir noch ein paar Punkte ne was haben wir hier sonst noch so alles was hier rum besteht ich weiß nicht ob man das überhaupt mitnehmen muss also es gibt glaube ich Punkte aber was kann ich mit Punkten machen naja jetzt hab ich nur macht es Sinn das alles Entschuldigen Sie Sir ja also in unserem Teilanzug ist auch anscheinend eine Röntgenkamera dabei haben wir eben schon gesehen da und damit können wir jetzt hier so anscheinend Sachen machen was haben wir hier noch oh das tut mir leid das tut mir leid ah da geh ich jetzt hin tut mir leid sorry und jetzt gehst du da hin pass auf schau mal oh ja ich hab dich gefunden und jetzt äh bisschen gleich anschlafen ja er schläft hier auch so so was haben wir hier noch für eine Piste oh ein Kaninchen noch ein Kaninchen noch ein Kaninchen oh kommt da noch was raus ne naja was haben wir hier noch Zauberei ähm haben wir hier noch irgendwas Schönes drinne naja anscheinend nicht naja da ist ein Spiegel oben da ist ein Spiegel oben ne pass auf den Spiegel naja ok wir gehen weiter mit K basteln wir mal Schönes man hat auch schneller so den zweiten haben wir ausgelegt in Not mal gucken was ist dahinter ne ich geh doch hier da werd ich eigentlich überhin ja dann nicht gehen wir hoch ne Robin kommst du? ja kommst du ne so was haben wir jetzt hier ein Checkpoint ja dann haben wir hier den nächsten Checkpoint ja ähm hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter und wenn es dir gefallen hat du findest hier eine Playliste auch mit den ersten Teilen dann da so wenn du den noch nicht gesehen hast und auch mit den folgenden Teilen mal gucken die kommen mir mal wöchentlich hoch geladen wahrscheinlich ich weiß nicht wie lange ich das spiele wieviel folgen vielleicht setze ich die irgendwann mal aus aber wir es ja sehen und ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen und dann bis zum nächsten Mal ähm warte mal im Checkpoint hat er jetzt hier gespeichert er hat nicht gespeichert ne ähm jetzt rede ich schon so viel aber er hat ja gar nicht gespeichert er hat nur ein Checkpoint warte mal wir müssen hier noch irgendetwas finden wo wir wo wir speichern können ne warte mal ah da ist ja noch was ach da können wir speichern hier hier können wir speichern so ja jetzt äh speichern und verlassen also speichern und verlassen mal gucken wie wir dann nächstes Mal weitermachen und ich wünsche jetzt noch Gottes Segen mit dem Untertitelung des ZDF, 2020